Hallo, mein Name ist Henning. Ich begleite dich auf deinem Weg zum Führerschein. Mit dem Hörbuch-Führerschein der Klasse B hast du die Möglichkeit, dir alle prüfungsrelevanten Fragen und die dazu passenden Antworten immer und immer wieder anzuhören. Ob im Bus, in der S-Bahn oder vor dem Schlafen gehen. Ich lese dir immer erst die Frage vor und gebe dir einige Sekunden Bedenkzeit. Dann hörst du von mir die passenden Antworten. Falls du eine Frage nicht verstanden hast, kannst du ganz einfach wieder zurückspulen und sie dir noch einmal anhören. Manchmal werde ich dir Fragen zu Verkehrszeichen stellen. Diese solltest du dir dann bildlich vorstellen können. Hierzu teilen wir die Verkehrszeichen in drei Kategorien auf. Gefahrenzeichen, Verbotszeichen und Gehbotszeichen. Immer wenn ich Gefahrenzeichen sage, stellst du dir ein dreieckiges Verkehrszeichen mit rotem Rand und einer Spitze nach oben vor. Verbotszeichen sind rund mit einem roten Rand und Gehbotszeichen sind rund und blau. Frage 1 Mit Fehlern anderer rechnen und nicht auf dem eigenen Recht bestehen Frage 2 Was kann zu Auffahrunfällen führen? Antwort Zu dichtes Auffahren, unerwartet starkes Bremsen und Unaufmerksamkeit Frage 3 Sie fahren innerorts hinter einem Fahrzeug mit ortsfremdem Kennzeichen. Was könnte geschehen? Antwort Der Vorausfahrende hält unerwartet an, um nach dem Weg zu fragen und betätigt den Blinker vor dem Abbiegen zu spät und bremst unerwartet. Was ist das?